Man arbeitet für was, wo wir genau wissen, es wird auch weiteren Stand haben. Wir erhalten eine lebenswerte Umgebung für Menschen und entwickeln auch diese Geschichte der Stadt weiter. Es war echt ein ganz tolles Gefühl, Teil von diesem großen Ganzen zu sein. Das sind immer wieder Themen, wo man eigentlich von klein auch nichts zu tun hat oder die einen begeistern. Das zeichnet aus, dass wir da so ein bisschen versuchen noch über das, was eigentlich erforderlich wäre, noch hinauszugehen. Und da sind wir, also meine Kolleginnen, meine Kollegen, allesamt kleine Felsen. Wenn es die nicht gäbe, wäre diese Stadt ein Stück weit unsicherer. Es ist schon schön, wenn man den Busse oder den Bürger, sei es noch, so einen kleinen Felsen nicht zur Seite schiebt. Das ist einfach toll. Was man geschaffen hat, auch wirklich sieht und vielleicht auch sogar anfassen kann, ist schon so. Ich glaube insgesamt ist ein guter Beitrag dabei, dass die Leute dann aber sagen, hier bin ich gerne. Ich kann mich da wiederfinden und ich glaube auch, dass, irgendwie fühlt man ja so, dass man so ein Teil davon war. Und wir sind damit. Ja. Ja. Wenn, einfach zu telefonisch, wenn ich bin, dann kein Trauer. Ja.